Hey zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich habe heute endlich wieder einen Lounge Underwear Haul für euch und wer mich verfolgt weiß, ich liebe einfach Lounge Underwear Hauls. Die haben so unendlich schöne Sachen. Ich liebe deren Unterwäsche und heute habe ich einen einzigen Zweiteiler und der Rest ist Unterwäsche, deswegen heute wird ein sehr sehr interessanter Haul und ja, Lounge feiert übrigens ab dem 22. März Geburtstag. Das bedeutet, ihr bekommt auf der ganzen Seite zwischen 10 bis 60 Prozent Rabatt auf die Produkte, die ich euch jetzt auch vorstelle. Ich werde euch natürlich wie immer alle Sachen einzeln separat unten verlinken und ich werde euch diesmal auch dazu sagen, wie viel Rabatt ihr auf die Teile bekommt. Ich freue mich, euch die Sachen vorstellen zu können und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Das erste Teil ist ein Zweiteiler, welchen ich mir ausgesucht habe. Der besteht einmal aus diesem Pullover. Ich blende euch natürlich gleich ein, wie das Ganze getragen aussieht und einmal aus dieser wundervollen Hose und ihr kennt diesen Zweiteiler bestimmt schon, denn ich habe ihn in dem letzten Lounge Haul in Grau bestellt gehabt und ich finde einfach diesen Jogginganzug so schön. Ich liebe einfach den Fit davon und das Oberteil habe ich in einer Größe XL und die Hose in einer M. Das Ganze ist einmal der Cream Signature Jogger und einmal der Cream Signature Jumper und er wird übrigens um 40 Prozent reduziert sein auf der Lounge Seite zu dem Geburtstag und ich würde sagen, ihr solltet da definitiv zugreifen. Jetzt machen wir weiter mit meinem absoluten Favorite Teil aus dem gesamten Haul und zwar Unterwäsche. Wer mich mittlerweile länger verfolgt, weiß wirklich, wie sehr ich Unterwäsche liebe. Ich finde, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, so blöd das auch klingt, als schöne Unterwäsche drunter zu haben oder anzuziehen für seinen Partner auch und ich finde einfach Unterwäsche macht so ein unfassbar schönes weibliches Gefühl. Ihr fühlt euch darin einfach wie eine Queen und ich liebe einfach Unterwäsche über alles. Ich finde, es gibt nichts, was man sonst anziehen könnte, außer vielleicht schöne Kleidung oder so, aber ich finde einfach, wenn ihr schöne Unterwäsche auch unter Alltagskleidung habt, ihr fühlt euch direkt anders und das strahlt ihr auch aus und deswegen liebe ich einfach wirklich die Unterwäsche von Lounge. Die haben meiner Meinung nach wirklich mit eines der schönsten Sortimente da draußen, denn die gehen halt wirklich auf Frauen ein. Das bedeutet, ihr habt nicht nur eine XS, sondern wirklich eine XXL und die Cups sind nicht nur ein 75A, sondern gehen von 65A bis 85G und das finde ich wirklich toll. Also die haben wirklich eine weite Range an Größen, an verschiedenen Sachen. Ihr habt nicht nur sexy Unterwäsche, ihr habt dort natürlich auch sportlichere Unterwäsche oder wirklich so Basic-Teile. Also da könnt ihr euch wirklich mal durchstöbern, was es alles so gibt. Ich werde euch jetzt das zeigen, was ich mir diesmal ausgesucht habe und euch natürlich zu den einzelnen Teilen sagen, was wie reduziert ist und euch natürlich die Namen auch hier nochmal einblenden. Das erste ist einmal der White Silk Balcony und der schaut so aus. Der hat wirklich so eine tolle Qualität. Also Lounge muss ich allgemein sagen, die Qualität bei Lounge ist unfassbar. Alles ist super vernäht. Ich habe da nie irgendwelche Nähte abstehen. Alleine die Cups, wie die verarbeitet sind, ist ein Traum. Ihr habt innen drin bei den meisten BHs wirklich nochmal so ein Stück Lace. Also das bedeutet, dass euch das nochmal eine schönere Brustform macht und ich feiere das einfach extrem. Ich liebe, wie ihr mittlerweile gemerkt habt, allgemein BHs, die aus Spitze sind oder aus Seide sind. Wirklich ungefütterte BHs. Ich finde, das ist für mich persönlich mittlerweile viel, viel schöner und ästhetischer. Wirklich BHs zu tragen, die nur so spitze sind, die ungefüttert sind, die keinen Push-Up haben, ist aber meine persönliche Präferenz. Natürlich würde ich auch mal einen Push-Up BH anziehen, wenn es das Kleid hergibt und das ein schöneres Dekolleté macht. Aber an sich, muss ich ehrlich sagen, finde ich, machen die BHs und generell die Unterwäsche von Lounge, also auch die Tanga-Strings und alles macht halt eine viel, viel schönere Figur und das liebe ich einfach. Und ich finde, sowas zu tragen, es sieht einfach elegant aus. Es sieht sexy aus und es hat einfach unnormal was. Das besteht, wie gesagt, hier vorne einmal aus Seide. Dann habt ihr hier Spitze und hinten ist das Ganze so verarbeitet, dass ihr hinten nochmal Spitze verarbeitet habt. In den Trägern habt ihr, wie immer, Lounge stehen. Ihr könnt das natürlich Größen verstellen und hier auch nochmal verstellen. Und passend dazu habe ich mir einmal diesen String ausgesucht. Und zwar sieht der so aus. Der ist auch, wie gesagt, aus Seide gearbeitet. Hier an der Seite habt ihr Spitze und ich liebe es, wenn ihr die Unterwäsche von Lounge so tragt. Ihr habt einfach so eine schöne Figur, damit ich lieb's. Von hinten habt ihr auch nochmal Spitze gearbeitet. Das heißt, euer Popo wird damit richtig schön umrahmt und in dem Unterteil habe ich eine Größe M. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals immer S bei Lounge bestellt meistens und ich finde einfach M sitzt ein bisschen besser. Ich mag das gar nicht, wenn Unterwäsche einschneidet. Deswegen nehme ich immer lieber ein bisschen zu groß als zu klein. Und ja, das ist, wie gesagt, das erste Unterwäsche-Set. Auf das Set von Gerade bekommt ihr übrigens 30% Rabatt. Dann kommen wir als nächstes zu einem Set und Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe letztens mal schon gebetet, dass es wieder verfügbar sein wird. Und es war diesmal verfügbar. Und ich finde, ich mag eigentlich kein Grüne. Aber das hier ist wirklich der schönste BH, den ich je gesehen habe. Ich liebe die Farbe. Ich finde es so eine heftige Farbe. Egal, ob ihr schwarzhaarig seid, braune Haare habt, hellbraun, mittelblond oder zum Beispiel rote Haare habt, pinke Haare habt. Ich finde, dieser Ton passt einfach zu allem und lässt alles sehr, sehr edel wirken. Und alleine der Sitz von dem BH ist einfach nur ein Traum. Wirklich. Also, ich habe mich so krass in diesem BH verliebt, Leute. Ihr wisst gar nicht. Und das ist der Emerald Luxe Bicony. Auf den gibt es 25% Rabatt, beziehungsweise auf das Set. Und das ist, wie gesagt, der BH. Ich finde, in der Kamera kommt die Farbe so ein bisschen verfälscht rüber. Also, es ist wirklich so ein richtig schönes Waldgrün, wenn man das so nennen kann. Ihr habt auch wieder vorne diese spitzen Details. Dann hier wieder super Verarbeitung. Ich liebe es einfach, dass Lounge einfach mitdenkt und zum Beispiel auch bei solchen Teilen die Träger so macht, dass sie noch höher gehen von der Spitze her und nicht direkt enden. Und, ach Leute, dieser Schnitt von dem BH macht das schönste Dekolleté, was ihr euch nur denken könnt. Also, wirklich ein Traum. Von hinten sieht das Ganze so aus. Hinten habt ihr natürlich weiterhin spitze. Und hier ist das Ganze nochmal so verarbeitet. Ist natürlich auch wie immer größenverstellbar. Und hier hinten habt ihr auch wieder auf den Trägern Lounge stehen. Finde ich wunderschön. Dann passend dazu einmal den Tanga. Und Leute, Leute, ich schwöre euch, wenn ihr irgendwas von diesem Haul hier kaufen wollt, kauft euch dieses Set. Ich habe das auch noch in einer anderen Farbe. Das zeige ich euch jetzt gleich. Der Tanga davon sieht so aus. Und ihr seht das schon. Der ist so ein bisschen, ja, wie Shape-mäßig gemacht. Also, das heißt, ihr habt hier zwei überlappende Spitzenstoffe. Und Leute, das gibt so eine wunderschöne Figur. Ihr wisst nicht. Also, wenn ihr das so tragt und unten habt ihr noch so ein V in dem Slip, der dann halt so geht. Uff, Leute, eure Figur wird anders damit. Also, wirklich wunderschön. Von hinten sieht das Ganze so aus. Hinten habt ihr wieder ganz normal Spitze. Und hinten habt ihr oben auf dem Rückteil auch noch Lounge gearbeitet. Und es ist wirklich mein absolutes Lieblingsunterwäschungs-Set. Das hier ist das Ganze nochmal in schwarz-weiß gehalten. Und Leute, es ist wirklich das schönste Set, was ich je gesehen habe. Also, auch die anderen Farben davon sind einfach ein Traum. Und wenn ich mir irgendein Set aussuchen müsste, was ich nur noch bestelle, ohne auf irgendein anderes zu achten, wäre es definitiv, dass in allen Farben ich liebe es. Und es ist so schön, wirklich. Also, was Lounge mit diesen Sets gemacht hat, I don't know. Ich liebe sie einfach. Ich habe das Ganze auch schon in lila. Das habt ihr im letzten Heuer gesehen. Falls nicht, verlinke ich euch das auch mal unten. Und ja, das ist das Ganze, wie gesagt, in schwarz. Ich liebe die Verarbeitung. Ich liebe die Details, dass hier das Ganze ein bisschen gröber verarbeitet ist von der Spitze her. Hier vorne ein bisschen feiner. Dann die Blumen dazwischen. Dann hier oben die Spitze. Und Leute, es macht wirklich, wirklich, wirklich eine heftige Brustform. Ein Traum. Und von hinten sieht das Ganze in schwarz nochmal so aus. Da habt ihr auch wieder ganz normal größenverstellbar alles. Und das Unterteil davon schaut genauso aus wie das grüne, nur in schwarz-weiß. Und hat auch wieder diesen V-Shape mit drin. Einfach für mich persönlich eines der schönsten Sets, die Lounge jemals rausgebracht hat. Und ich feiere alle von denen. Ich finde wirklich alle Sets wunderschön. Aber das hier ist wirklich ein Set, Leute. Also, wenn man sich darin nicht sexy fühlt, dann weiß ich auch nicht. Dann kommen wir als nächstes zu dem Apricot Balcony Set. Auch das gibt das Ganze 30% Rabatt. Und das Ganze schaut so aus. Das hat wieder eingearbeitet in den BH. Hier einmal. Und Leute, ich weiß nicht warum, aber das hier macht es einfach aus. Das macht so eine schöne Brustform. Das ist echt unfassbar. Und hier auch wieder die Farbe. Leute, ihr könnt mir wirklich sagen, was ihr wollt. Ich finde einfach Lounge macht die schönste Unterwäsche. Ich kann es nur immer und immer wieder sagen. Die machen farbenfrohe Unterwäsche. Die machen wirklich Basic-Unterwäsche. Und ist das nicht einfach wunderschön? Bekommt man da nicht einfach Bock, sich das anzuziehen und einfach gefühlt vor dem Spiegel zu tanzen? Ich liebe es einfach wirklich. Und so sieht das Ganze von hinten aus. Auch wieder alles größenverstellbar. Wieder wunderschön. Unten habt ihr hier wieder dieses Detail, dass ihr hier Lounge stehen habt. Auch vorne. Passend dazu, das Unterteil, ist einmal dieser String-Tanga. Ich weiß gar nicht, nennt man das String-Tanga oder nur Tanga oder String. Ich glaube, auf der Webseite steht immer String. Ich bin gerade nicht sicher. Es verwirrt mich ein bisschen. Ist aber nicht schlimm. Das hier ist auf jeden Fall das passt ein Unterteil dazu. Und wirklich, die Verarbeitung ist einfach der Hammer. Auch wieder ein größer M bei mir. Und ich liebe es einfach. Es ist einfach ein absoluter Traum. So Leute, wenn ich euch jetzt noch nicht gecatcht habe, dann glaubt mir, haltet euch bitte jetzt an eurem Stuhl fest, an eurem Sofa fest. Setzt euch hin. Es ist wirklich das schönste Set, was ich je gesehen habe. Und ich habe schon wirklich selber sehr, sehr viel Unterwäsche gekauft. Aber das hier ist anders. Leicht gebräunte Haut, schön fett. Vielleicht Locken, Wellen, lange Haare, glatte Haare, mit Volumenhaare oder kurze Haare. Dieses Set ist einfach nur der Hammer. Und zwar ist es das Belle Gold Intimate Set. Der BH davon sieht so aus. Wirklich, die Verarbeitung ist vom Feinsten. Hier vorne habt ihr Glitzer drin. Der Goldton an sich ist wunderschön, denn es ist so ein schönes, sandiges, karamelliges Gold. Und ich finde es wirklich so schön. Also, das ist wie gesagt der BH dazu. So sieht das Ganze von hinten aus. Und Leute, alleine hinten diese detailreiche Verarbeitung. Jock. Das Set ist übrigens um 20% reduziert, bevor ich das wieder vergesse zu sagen. Dann habt ihr als Unterteil einmal diesen Tanger. Und oh mein Gott. Ist er nicht einfach wunderschön. Ich liebe dieses Set, Leute. Das ist von hinten. Und jetzt passt auf. Ihr habt nicht nur ein BH, ein Unterteil, sondern ihr habt auch noch so einen Strapsgurt mit dabei, der genauso wundervoll verarbeitet ist wie alles andere. Auch mit Seide verarbeitet, beziehungsweise diesen changierenden Stoff. Dann habt ihr da die Strumpfbandhalter dran. Es sieht, Leute, es ist so sexy. Ich liebe es. Und das ist wie gesagt der Strumpfbandhalter. Passend dazu, weil das ja noch nicht reicht, haben wir auch noch Beinschlaufen. Das heißt, ihr zieht das an und es ist so, als hättet ihr ein Strumpfband an, nur dass ihr das damit verbindet. Ist das nicht einfach der Hammer? Also ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, aber das ist für mich wirklich das absolut geilste Set. Also wirklich so ein Geburtstags-Intimate-Set, meiner Meinung nach. Und ich liebe es wirklich. Also das ist für mich wirklich das absolut schönste Set, was ich seit langem je gesehen habe und gekauft habe. Und ich liebe es einfach. Ich liebe Lounge. Ihr wisst es mittlerweile. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das war es mit meinem Haul diesmal. Ich habe euch von einem natürlich wie immer Bilder eingeblendet. Ich hoffe von Herzen, dass euch dieser Haul gefallen hat. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dann. Ciao, ciao.